Hi, wir sind heute für euch im Fort van Abenteuerland zum Kids Days, kurz nach dem Weltkindertag. Und heute dürfen die Kinder Ride Operator spielen und wir nehmen euch da mit. Wir treffen uns jetzt gleich hier im Saloon und ihr seid mit dabei. Musik Geht's euch gut? Ja! Sehr gut. Also mein Name ist Marius. Hallo! 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 Ich bin hier Teamleiter, heißt das. Also Chef für die Leute, die an den Attraktionen sind. Wie zum Beispiel Patrick hier und Christopher und das da vorne ist der Julian. Und wir nehmen euch gleich mit an die Attraktionen. Und da warten aber auch unsere Operator, heißt das, also unsere Bediener an den Attraktionen, die sich heute um euch kümmern. Und wir heißen euch erstmal recht herzlich willkommen hier heute in Fort van bei unserem Kids Day. Und wir freuen uns, dass echt so viele Junge heute da sind, die mal ausprobieren wollen, wie es ist, eine Wasserbahn zu steuern oder sich um die Leute an der Achterbahn zu kümmern. Und das finden wir echt super toll. Und wenn es sonst nichts mehr gibt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß heute. Bezeichne auch den Besuchern ganz, ganz viel Spaß, weil das machen wir immer. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir Spaß bei der Arbeit haben, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt und dass unsere Besucher natürlich ganz viel Spaß haben. Und jetzt einmal alle zeigen, wie ihr euch wollt. Okay! High five! Okay, in die Ruche! High five! 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 Wir haben es auch nicht geschafft. Wie viele Runde haben wir nochmal? Haben wir jetzt eine? Wir haben es auch nicht geschafft. Das heißt, ich würde die jetzt drücken, dann kriegt Dennis, der Operator, eine Startfreigabe. Der Startknopf leuchtet dann wieder. Und dann kannst du die Bahn quasi zur zweiten Runde einläuten. Das geht aber nur, wenn die Bremsen zu sind bei uns. Das ist halt auch ein Sicherheitsmechanismus. Und wenn der Zug diesen Punkt erreicht hat, gehen die Bremsen automatisch zu. Und erst dann kannst du den Knopf drücken, damit das funktioniert, dass du in die zweite Runde einläuten kannst. Hier ist die Bremse im Deutschen Manuel Bremsen. Die Bremse kann man so nicht automatisieren. Das ist die Bremse drücken. Wir bremsen ihn halt so lang ab, bis die Schlussbremse automatisch wieder starten. Weil dann kriegt der erste Startknopf dazu, was wir gehört. Jetzt hat er den Schlüssel gedrückt und jetzt gibt's die zweite Runde. Und jetzt? Ich stelle dir jetzt mal vor, das ist jetzt die erste Runde. Wir warten jetzt. Bis die Bremse wieder zu wird. Jetzt gehen wir mal zu Dennis. Wir warten jetzt mit der Runde. Ja. Auch der Geburt. So, genau dann? Wir holen dann. Während des laufenden Betriebs brauchen wir eigentlich nur zwei Knöpfe. Den Startknopf, einmal die Bremse. Die restlichen Knöpfe sind eigentlich nur für morgen, für den Power, für den Power-Check oder wenn man abends alles ausmacht. Dafür braucht man dann halt noch den Hydraulikantrieb Start und den Stopp Knopf, genauso wie einmal Luftkompressor Stopp und Start und hiermit kann man halt einmal den Aufzug starten, um zu gucken, ob halt alles läuft, ob der Motor richtig läuft und einmal wieder ausmachen. Mehr braucht man während des laufenden Betriebs eigentlich nicht. Und jetzt kannst du die Bremse auflassen und jetzt schon mal den Knopf drücken und alles wieder loslassen. Hallo, Sören. 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 Hallo, Sören. 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 Okay. Wir sehen uns später, ja? Ja, ich weiß. Du musst jetzt da runter, ja? Ich muss arbeiten, verstehst du? Wir können nicht immer zusammen. Ja, noch einmal noch. Ich weiß, ich kann noch Toupet, aber noch Georgi. Hallo! Wir haben einen tollen Tag, alles was wir mitgekriegt haben waren strahlende Gesichter und ich das hat allen sehr viel Spaß gemacht und wir fanden es war ein ganz toller Tag, es hat unheimlich Spaß gemacht euch zuzusehen, ihr habt euch alle super gemeistert hier, ich habe schon ganz viele Anfragen, dass ihr alle bei uns anfangen dürft, also ein paar Jahre müsst ihr noch üben und dann könnt ihr gerne bei uns anfangen, ihr habt überall sehr positiven Einigungen verlassen. Erstmal vielen Dank dafür, dass das auch von eurer Seite so gut geklappt hat. Ein kleiner Applaus für euch. Wir haben natürlich für alle, als Erinnerung abgesehen von dem neuen T-Shirt, auch eine Urkunde für alle und ich ruf jetzt einfach mal den Namen auf, ihr müsst nicht aufstehen, ihr könnt einfach mal wissen, weil ich entschuldigt werde, ich nur nicht alle Namen auswendig kann von heute und dann bringen wir die euch persönlich rüber. Ich habe hier einmal die Urkunde für den Flori. Dann habe ich die für den Tim. Tim ist hier. Tim darfst du gleich wieder. Tanja war gut. Selina. Wunderbar. War gut? Ja. Ja. Sehr schön. An welcher Attraktion wart ihr denn in der Wasserbahn? In der Wasserbahn. Seid ihr dann auch mal selber mitgefahren? Ja. Ja. Mit der Wasserbahn? Ja. Willst du noch ein paar Pommes? Ja, liebes Team vom Freizeitpark Check und liebe Follower vom Freizeitpark Check. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen des ganzen Ford Fun Teams für eure tatkräftige Unterstützung unseres Kids Days bedanken. Ich denke, es ist ein ganz tolles Event. Wir haben viele leuchtende Kinderaugen heute gesehen und es ist eine tolle Sache und wir sind sehr dankbar, dass wir eure Unterstützung dafür bekommen haben. Recht herzlichen Dank. Herzlichen Dank an das Ford Fun, dass wir heute die Kids Days so mitgestalten durften. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt unten auf Abonnieren. Geht auf den Kanal. Da findet ihr noch viel mehr gute Videos von uns. Und nochmal danke an den Park. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis dahin. Ciao.